Ab geht's! Sorge, wir sehen uns morgen um dieselbe Zeit. Bitte erste Runde! Nein, erste Runde, schnellste Runde. Komm zum Essen! Nur einmal! Wo hast euch deinen Schlauch? Ist der dabei? Dein Schlauch? Und euer Motto findet Monitor. Tschüss! Sorge, gehst langsam runter! Kannst du mir das bitte schriftlich geben? Du hast kein Pit-Board! Go slow! So ein Pit-Board, so lecker! Oh Mann, ich hätte vielleicht meine Uhr am Motorrad drauf tun sollen. Ja, mach doch! Ich will sowieso hin。 Ich muss gerne gucken. Keinen Stress! Das ist kein Problem. Habt ihr das schon mal gemacht, allein? Nein, als Vierer-Team früher. 10 oder 12, beidesmal. Ja, aber im Solo ist was Neues. Ihr wollt ja alle nicht. Wir haben alle gekniffen. Wir haben gerade hier der Ede, der ist 1,5 Stunden gefahren. Alleine? Der ist 11 Stunden gefahren. Der hat im Stuhl gesessen. Der war gar nicht mehr anmelden. Da hat der Vater gesagt, entweder du machst das jetzt oder dein ganzes Hobby hat auch bei mir unterstützt. Sehr altfressen. Der hat sich wirklich drauf gesetzt, hat es durchgezogen. Scheiß Drogen, ey. Das ist schön, ne? Wahrscheinlich nervt ihr zuhause rum. Ich will das immer unbedingt. Und dann und so weiter und so weiter. Eine andere ist ja auch hier und so. Was machen wir da? Ich darf nichts sagen. Ich wollte es immer so haben. Wo sind deine Brille? Denken. Das wollte ich jetzt gucken, ne? Uh, jetzt tut der Finger wohl. Der kaputte Nagel. Der kaputte Nagel. Hast du nicht abgeteilt oder so? Ah, viel zu beschäftigt mit anderen Scheiß, weißt du? Das ist mein Leben. Ich würde von mir aus gleich in der ersten oder zweiten Runde, solange du noch frisch bist und nicht in deinem Rhythmus drin bist, würde ich das kurz machen. Nur kurz tape rum. Ja. Weil nachher, wenn das einreißt oder so, das wird richtig eklig. Ja, das tut es, buddy. Have fun, ne? Und dann ich so später. Gar nicht eingesteckt. Mein Betrink-Rucksack. Oh, schon. Oh, schon. Wie. 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 Ich hab mir überlegt, du kennst schon diese Nierengurte zum Motorradfahren. Ich hab sogar einen eingepackt, weil ich ihn wusste, weißt du, von der Rückenmuskulatur. Weißt du, zum, zum unterstützen oder so. Aber deswegen ist es auch diese, die, wo man auch so befestigen kann, das hilft. Hab ich ja nicht. Ja, ich auch nicht. Guck. Ja, weil ich habe gedacht, es könnte schon helfen auf die Dauer, weißt du, wenn du so ein bisschen gestützt bist. Deswegen habe ich auch in den Knie die Bandage nicht. Und ich habe auch 0,7 Bar drin. Ja, weniger. Aber ich wollte es noch machen, aber es war mir zu stressig. Ah, zwei Teams sind sehr wenig. Ja, ich glaube 19 oder 15. Okay, Marc, jetzt setze ich zum ersten Mal diese Brille auf einen Herber auf. Ja, drückt ein bisschen gegen mein Gesicht. Nein, ich meine hier. Aber ich werde mich daran gewöhnen. Ja, aber ist der Gurk vielleicht zu eng? Es geht nicht mehr. Das ist gut. Alles gut. Ja. Wohin geht knappe Stopgerade? Keine Ahnung mehr. Du, Hauptsache. Dann kommt der Moinchen an. Alles gut. Natürlich in der Meinendいき. Frohe. Gleich. Olha zusammen. Ja, das erschein. Ja, der Kannst incorpire. drawing total hoch und stange. Ah, die vista creating, das war eine der Noemchen als dreiendschallt. Das ist nicht mein Ziel... Benzinhahn auf? Ja. Das ist nicht mein Ziel... Das war's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020